Tippspiel von 3. Liga Hafensee gegen MSV Duisburg 0 zu 5 1 zu 2 RSFC Kaiserslautern gegen SV Meppen 1 zu 1 Zwickau gegen Fikoria Köln 1 zu 2 HDFC gegen Tückische München HDFC wird gewinnen mit 5 zu 0 Freiburg 2 gegen RCFC Magdeburg 2 zu 3 1860 München gegen Wiesbaden 1860 gewinnt mit 2 zu 0 Osebrück gegen Saarbrocken SFC Saarbrocken Osebrück gewinnt mit 2 zu 1 Verl gegen Würzburger Kickers 1 zu 1 Fikoria Berlin gegen Eintracht Braunschweig 3 zu 4 Waldhof Mannheim gegen Brüssel Dortmund 2 3 zu 3 20 Uhr 11 7 11 11 12 13 14 14 15 15